Ja, hallo zusammen und willkommen zu Let's Play Decks. Heute am 28.12. um 6.44 Uhr am Morgen. Ja, freier Tag heute. Und ja, wir sind hier letztes Mal stehen geblieben. In der Kanalisation sind auf der Suche noch nach dem zweiten Türchen, was Sicherheitsstufe 2 hat. Hacken können wir, bzw. Schlöster knacken können wir jetzt. Aber ich will mich erstmal ein bisschen heilen. Weil die ganzen Sündbiere, die geben 10 her. Ich knall mir die einfach rein. Scheiß drauf. So, und ich will jetzt erstmal die Kamera tatsächlich hacken. Das wäre sehr nice. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Okay. Gut, wunderbar. Das hat schon mal funktioniert. Äh, ich bin fast tot. Scheiße, okay. Äh, das ist ja unangenehm. Äh, wie sieht's da hinten aus? Äh, äh, du, 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 du. Ja, komm, wir versuchen es einfach mal. Scheiß drauf. Okay. Jetzt kriegen wir es hin. Komm, hau ab. Stirb, stirb, stirb. Komm, verreck einfach. Ah, Scheiße. Aufputtspritze, okay. Die können wir wahrscheinlich so einmal schön stealthen. Ja, ja. Level Up haben wir. Ja, nice. Okay, das war keine Absicht. So, was haben wir denn Schönes? Äh, Fernkampf, ruhigere Waffe. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Charisma. Zusätzliche Option wählen, Antwortweise. Äh, eher hecke Mensch, die Gegner, um sie zu betäuben. Verhandeln. Hm, 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 hm. Ich bin so ein bisschen am schwanken. Was macht denn der Nahkampf? Bring deine Gegner uns ab zur Boden, drücke linker Stick runter und Quadrat-Taste. Äh? Ja, Ausdauer könnte ich natürlich auch machen, ne, aber was soll der Geiz? Ah, ja, komm. Machen wir, machen wir erst mal verhandeln. Ich weiß jetzt nicht, wo die Tür da oben ist, um ehrlich zu sein. Wenn da überhaupt ne Tür ist. Uiuiuiuiuiui. Scheiße. Ja, okay, es ist gehackt. Ich bin tot! Hahaha, scheiße. Hahaha. Okay. Lalalala. Okay. Brrrr, so. Äh. Gleich spiel nochmal. Nur diesmal da oben. Ja, super. Super, super, super. Uncool, uncool, uncool. Sehr wohl, es macht... Was? Nein! Alter, ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Hör nochmal. Okay, okay, okay. So. So, den Spackner hin muss ich eigentlich gar nicht töten, ne? Wenn ich mir mal so überlege, weil der kommt irgendwie nie zu mir hin. So. Das hier ist sowieso schon interessanter. Scheiße, scheiße. Es sind zu viele, es sind zu viele. Okay. So, der ist jetzt weg gleich, ne? Ja, ja, genau so wollte ich's haben. Lock ich den Einen nochmal kurz an. Hallo? Wie geht es dir? Das Schöne ist ja, wir können an Ordnungsstelle speichern. Ui. Okay. Pah! Es ist unfassbar. Mein Gott. Ah, es macht mich fettig. Es ist doch nicht so schwer. Himmel, Arsch und Zwirn. Meine Güte, ey. Ah, 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 ah. La, 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 la. Okay, ich... Hast gewonnen, ich geh ja schon. Okay. Wie viel Fokus kriege ich denn zurück? 24, 25. Jetzt ist es wahrscheinlich Essig. Genau. Ich habe auch kaum noch Fokus. Das ist natürlich jetzt richtig scheiße. Was es auch nicht besser macht, ist... Ich bin tot. Alter. Ja, ich könnte mich auch einfach weilen, ich weiß. Aber ich bin zu geizig. Es tut mir wirklich leid. Ja, wir gehen gleich erstmal weiter, würde ich sagen. Äh, pullen uns erstmal so ein bisschen hier durch. Äh, 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 äh. So, okay. Die Kamera, die war nämlich wichtig. So. Und deine Scheißfresse. Scheiße. Ja, das hat der andere auch mich auch gesehen. Ich bin zu geil. Ich bin zu geil da drauf. Wirklich. Das ist zum Kotzen. Scheiße. Äh, mh. Äh. Äh. Kacke. Ja, es ist jetzt alles gerade so richtig scheiße. So, ja, okay. Immerhin haben wir den. Ähm. Ich muss besser werden. Ich muss einfach besser werden. Schlicht und ergreifend. Ja. Wir haben es überlebt, okay. Speichern wir mal ab. So. Zack. Zack. Dann brauchen wir uns das nicht mehr antun. Ja, genau. Komm mal her. Komm mal her, du kleiner Radde. Ui. Okay. Stirb einfach. So. Level ab. Sehr gut. Das hat mir leider nichts hergegeben, der Sack. So. Und dich schnappen wir uns auch noch. Immerhin, der hat ein bisschen Geld dabei gehabt. So. Gehen wir mal rein. Hier ist einfach nichts. Das macht mich traurig. Ich meine, selbst wenn hier jetzt, äh, dieses Level 2 steht, Schlossknacken nicht, nichts bringen, ne? Soll mir egal sein. Ich kriege Erfahrungspunkte. Ah, 53 Dollar. Ich hoffe ja auch, so ein Erste-Hilfe-Kasten, um echt zu sein. So ein bisschen zumindest. Äh, ich würde mir wünschen, dass die Kamera wieder ein bisschen rausgeht. Okay. Speichern. Jo. Jo. Dankeschön. So. Alter. Scheiße. Okay. Hast gewonnen. Das war wohl nicht so clever. Was sind die Sachen, die schießen? Okay. Brrrr. Die Kamera ist weg. Ähm. Mhm. Hat es da noch so ein Gerät? Ich will meinen Fokus noch aufladen lassen. Gehen wir jetzt mal rein. Okay. Hier scheint aber nichts zu sein. Naja, den habe ich schon gelootet, ne? Hm. Ärgerlich. Ärgerlich. Nee, hier ist auch nichts mehr. Alter, eine Kamera und noch so ein Gerät. Ey, meine Fresse. Ich weiß, ich speichere sehr oft, aber ich möchte euch das jetzt nicht antun. Bis tausendmal machen müssen. Scheiße. Ja, ist okay. Ist okay. Man kann es natürlich auch ein bisschen anders regeln, dass man einfach das Ding hier im Arsch macht direkt. Dass man hier ein bisschen Freiraum schafft. Und da war ich bisher zu faul für, gebe ich zu. Offen und ehrlich. Wenn das fette Ding nämlich weg ist, kann es aber viel Kleinscheiß. Aber da komme ich trotzdem besser mit zurecht wahrscheinlich. Warum, ich kann hier alle schön eine Richtung locken? Alter, wie weit geht das denn hier noch? Himmelarsch. Ja, okay. Das war vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Ich muss mir das mal so angucken. Wie kommt jetzt noch einer? Nee, das ist uncool. Das ist echt uncool. Scheiße, ich bin tot. Ja. Das war's. Da geht down, da geht down. Ja. Egal, vielleicht brauche ich das auch gar nicht. Ich sollte mich von dem Gerät nur nicht abschießen lassen. Das ist ein großer, okay. Alter, einfach nur ins Gesicht getreten. Also quasi. Im übertragenen Sinne. So. Hast du was für mich? Oh, da ist was. Was ist das? Aufputschspritze. Oh, 143 Dollar. Das ist natürlich geil. Ja, ja. Achso, weil Alarmausglüsse ist, kann ich nicht speichern. Ui. Komm. Wie gesagt, man nähert sich das Eichhörnchen, aber ist ja egal. Nein, jetzt hat er dann getreten beim letzten Schlag. Ich halte es nicht aus. Es ist unglaublich. Hm. Entschuldigung. Ja, nerv mich nicht. Das Ehrliche ist, dass das Geld jetzt natürlich weg ist, ne? Aber okay, jetzt hab ich noch einen Dollar mehr bekommen. Macht was? Es ist unglaublich, Alter. Ich hab grad dann geschlagen, als... Was ist... Oh. Läuft heute nicht so gut, muss ich sagen. Oh, aber ich wollte eigentlich so ein bisschen die Stadt erkunden. Ja, mach's mal eben so ein bisschen das, äh... Kaisersionsgewumpel, ne? Es ist genau das gleiche, wie vorher passiert. Erstmal macht der nix und dann denk ich, ah, ich kann ja noch einen Schlag setzen. Und dann so ein Wichs hier, ey. Ja, komm, gib mir nicht auf den Keksen. Jetzt gib mir die 132 Dollar wieder, bitte. Er hat nichts. So, mach was. Schlagen ist mir lieber. Komm. Oh, Alter, jetzt hat er zweimal getreten. Hm. Ich hoffe, ich kann meine Starkkraft irgendwann mal erhöhen, weil das ist echt nervig, so. Verdunklungsumhang. Mein Gott. Mach was. Scheißegal, dann dauert's halt lange. Doch zweimal vielleicht. Hälfte haben wir schon mal. Sind halt auch die Dicken, ne? Muss man ja auch mal so sehen. Das Treten gefällt mir überhaupt nicht, weil es ist auch ein bisschen schneller. So. Boah, alter Vater. Heißen sie Munition? Was ist dat dann? Hi. Ja, man ist wohl falsch abgebogen. Sich nochmal hier unten blicken zu lassen, hast ja wohl das hierhin verkohlt, was? Dachte, du hast mich gekillt? Du unterschätzt diesen Scheiß hier gewaltig. Genug gerät. Lass uns kämpfen. Für dich ist hier die Endstation. Ich will keinen Ärger. Bin so gut wie weg. So gut ist etwas zu wenig, Bitch. Der Ärger steht dir bereits vor dir. Und jetzt zeig mir, was du kannst. Oh, Gott. Hält mich vor. Trotz nochmal heilen. Tatsächlich. Okay, das bleibt sogar stehen. Das Spiel. Äh, Spiel. Mal richtig hier jetzt nochmal kaputt machen, hör mal, Mädel. So. Ins Gesicht. Okay, jetzt sind auf jeden Fall mehr ab als vorher. Wobei man es nämlich immer nur fünf. Alter! Ist gut, jetzt. Ich hab echt hart verkackt? Wow. Ich bin beeindruckt. Nein, ich hab nicht geschmeichert. Ich idiot, ich idiot, ich idiot. Ach Gott. Jetzt kann ich mir hier über einen halben Tag verprügeln. Lalalalalala. Oh, gibt ja eigentlich so viele Erfahrungspunkte hier, der Spacken. 180, alter Faller. Ich mach jetzt folgendes. Pass auf. Ach, okay. Ich sauf trotzdem jetzt erstmal mein Bier hier weg. Ach, komm, hier. Weg, so. Das sollte erstmal vielleicht reichen. Äh, und Level muss ich auch noch natürlich verhandeln. Zack. So, dann hol ich mir gleich nämlich doch noch eine Knarre. Nur für den Fall der Fälle. Thomas, machst du einen Superschlag? Oh Gott, es ist so schlecht. Es ist wirklich so unnötig, sich von dem Spacken treffen zu lassen, ne? Macht er einen super Kack. Genau. Es stirbt doch mal. Mein Gott. 100 Dollar. Nice. Okay. Okay, okay, lass uns kämpfen für diese Endstation. Darauf einen Armen. Hier spricht Endbahnhof 1. Bitte machen Sie sich bereit zum Sterben. So. Fick dich, Alter. Okay, aber weg hier. 30 zieht die ab. Alter Vater. Das ist schon nicht ohne. Man kann sie also auch ganz normal bekämpfen, so wie es aussieht. Okay, wir müssen leider noch mal ein bisschen uns gleich heilen, so wie es aussieht. Die ist gar nicht so einfach. Alter. Mach doch mal die Deckung hoch, du Kackfresse. Oh, Deckung auf, besser gesagt. Das war doch ganz nice schon mal. Ach, fuck. Okay. Also auch bei ihr Ruhe walten lassen, ist in Ordnung. Ich weiß gar nicht, vielleicht muss ich hier auch noch gar nicht hin. Keine Ahnung. Oder ich bin einfach wieder zu sehr spacken und zu geizig. Oh, okay. Das war direkt ins Gesicht. Ja, 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 ja. Meine Ladepause sind ja natürlich schön kurz, ne? 17 Minuten. Okay, der erste Basis ist schon mal verschwendet. Ich hab heute jetzt natürlich auch nicht so viel Zeit. Aber wir gehen nachher schön bowlen. Schon so lange nicht mehr bowlen, ey. Aber anderthalb Stündchen kann ich auf jeden Fall aufnehmen. Nur ich hab jetzt eigentlich erwartet oder gehofft, dass ich so ein bisschen mehr schaffe, zumindest. Weil bisher sieht's nicht so aus, als würde ich jetzt großartig die Stadt erkunden können. Und dann geht's nicht so aus, als würde ich jetzt noch mal schaffe, wenn ich jetzt noch mal schaffe, wenn ich jetzt noch mal schaffe.